Das ist unser Schlafzimmer. Den empfehlen wir, der drin ist eine Woche. Und bitte nicht in unserem Bett schlafen. So, das ist die Nummer von dem Haus in der Schweiz. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ach, Mann. Was war das, bitte? Nichts. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, die sehe ich nie wieder. Andrea. Ich bin nicht die Andrea. Rewee du, Amisha. Nein. Ich könnte dich nicht vorstellen, dich zu verlieren. Nichts, Jan. Ich dich auch. Anna! Tiere. A. Sturm. T. Tocke. Was? Voici le mouton que vous avez tué cet après-midi bon appétit. Wie bin ich hergekommen? Ich hab was so absurdes träumt. Was denn? Ich hab geschlafen, es hat geregnet und dann hast du plötzlich die Tür aufgemacht und mich aus dem Auto gezerrt. Und mich umgebracht.